Naja, so schön und willkommen zurück zu Let's Play! I'm the Dimension Neptunia, you're actually released! Ich bin Shaz Unleashed an Dings! Ich bin Shaz Unleashed und ich bin mal gespannt, wie Nap Gear sich jetzt anfühlt, weil ganz ehrlich, ich mag Nap Gear. Sie ist mir echt eine sympathische gewesen immer. Aber liegt vielleicht daran, weil ich ein fast ganz ziemlich langes EP mit ihr verbracht hatte. Vor allem, das sieht echt cool aus. Die funktionieren auch so, wie sie im LPG funktionieren. Das finde ich echt schön. Das finde ich echt cool. Hier haben wir die... Achso, man kann hier dieselben sammeln. Can't be claimed during battle. Okay. Die haben also tatsächlich einen Sinn. Kann ich das nicht gleich machen, wenn der Fight vorbei ist? Also, wenn ich die hier los bin? Okay, jetzt will ich mal wissen, wie Uni sie spielt. Also, tatsächlich so... Okay, ich bin ganz ehrlich, ihre Knarre klingt mehr wie eine Wasserpistole. Weiß nicht. Klingt stark wie eine Wasserpistole. Ja, das klingt nicht wie eine Schusswaffe. Tut mir leid, aber das klingt echt wie eine Wasserpistole. Ja, das lasse ich hier am Ende der Bier machen. Das sind Pilze, ey. Boah, diese Ekeldinger. Schwert klingt witzig, ey. Wie so ein leichter... Wie so ein Laserschwert irgendwie. Sim. Aber was hat... Hat sie eine... Ach nee, sie hat nochmal andere. Ich muss erstmal in die Kombos reinkommen. So ist das. Ich hab da noch gar keine Ahnung von hier. Aber gut, dass man die Dings hier hat, überhaupt. Okay, das, was ich hier die ganze Zeit versuche, funktioniert irgendwie nicht so ganz so, wie ich das möchte. Achso. Ich bin ganz ehrlich, ich mag die Musik hier. Die Musik ist echt schön. Hi. Alter, ihr Nervdinger, ne? Euch gibt's auch hier... Ja, das war... Uneffektiv. Slash Wave! Okay. Achso, das ist so für Luftkombos. Und Dive Kick. Okay, jetzt verstehe ich's jetzt. Ich hab doch grad Schaden genommen, oder? Ich kam mir nicht so vor. Slim. Hier schon wieder. Oh Gott, ein großer. Dicken. Okay, das wäre hier irgendwie schade, dass man keine Transform-Animationen hat. Das finde ich ein bisschen schade, irgendwie. Hab ich jetzt andere Kombos? Ein bisschen. Yo. Okay. Alter, Verwalter. Warte mal, bist du nicht mein... Der Boss, den ich platt machen soll? Blumen alle tot. Das ist wie so ein... Echt so ein normaler Togu. Der hält einfach nur unmenschlich viel aus. Tust du auch was? Ich sehe das Ding irgendwie absolut nichts tun. Außer Schaden fressen, wie so einen großen. Na, das sind ja auch die Ersten. Ich schätze mal, das wird noch schlimmer nachher. Okay, und man kriegt auch so viel Erfahrung, wie man im Kampf ist. Okay. Das ist wichtig. Das ist nicht das normale Nep-Nep, so wie ich's kenne. Erwarten die echt von einem, dass man so viel Schaden jetzt zu Anfang nimmt? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Es ist ein Spin-off, Noah. Da brauchst du nicht diskutieren. So sind Spin-offs. Sie sind nochmal ein bisschen anders. Wie so ein verschlafener Hamster. Ja. Ich habe Offscreen die Textbox mal ein bisschen verschnellert. Was haben Sie? Englisch ist es. Oh Gott... Noam, ich würde es nicht so gut machen, aber es ist es nicht so schwierig. Okay, ich mache es eine Frage. Die Meinung der Reiter ist es, was ich. Ich dachte, ich hatte auch einen Spiel, aber es war sehr schön. Ich habe es nicht so wichtig, dass wir uns nicht so wichtig haben. Oh, das stimmt. Sorry, Nepu-Gi-A. Ich habe mich nicht zu wissen, was ich mich nicht zu wissen. Das ist ja, Nepu-Gi-A. Ich habe mich nicht zu wissen, was ich nicht zu wissen. Ich habe es nicht zu wissen. Sorry, ich habe mich nicht zu wissen. Ich habe es nicht zu wissen, wenn ich es nicht zu wissen, wenn ich mir das so machen, dann können wir uns ein Argument machen. Ja! Wie, warum... Ich habe nur nur noch einen Haar-Di-A-N-K-Gi-A. Aber ich habe alle versucht, dass es ein Argument machen, damit wir uns gegenseitig haben, um es zu sehen. Oh, Nepu-Gi-A. Ja, ich habe es nicht zu wissen. Fahmitsu Oh Gott, nein, es ist das Boss-Bild. Ja, du siehst heute extrem aus wie ein Boss-Bild. Oh Gott, nein, es ist das Boss-Bild. Mach Famitsu irgendwie mehr. Schreibt in die Kommentare, wen von beiden ihr toller findet. Hashtag der Boss zählt nicht. 今以上の記事を作るためには もっと間近で女神様の活躍を見る必要があると思わないか? しかし間近だとモンスターの戦いに巻き込まれることもあるだろう。 そんな危険から身を守るため 我が企業の総力を挙げて開発したアイテムを2つのダンジョンに これは試練だ。 この試練を超えれば、 そうすると嬉しいなぁ。 いいだろう。 アイテムは取ればわかる。 いい報告を期待しているよ。 私はお待ちしているよ。 Wer hat sich echt bewegt? Nudeln? Okay. Auf einmal haben wir hier ein ganzes Setup. Okay, das ist schön. Erstmal Citywatch. Ich will erst mal gucken, wie das aussieht. Das Spiel hat Ladezeiten, aber sehr kurze, wie ich finde, ist schön. Auf allem ist das die originalen Soundtracks, das finde ich schön. Ich will jetzt ein Hochschild-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun. Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Wie machen Sie die Übersetzung der Übersetzung? Wenn Sie die Übersetzung der Übersetzung der Übersetzung haben, dann können Sie die Übersetzung nicht weitergehen. Entschuldigung, Yumi-chan. Ich habe mich immer wieder gefühlt. Die Übersetzung der Übersetzung ist sehr wichtig, aber Yumi-chan sagt, wie Sie sagen, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja. ... Aber ich habe mich mit Lom-Chem gefühlt, aber es ist Zeit für alle. Wenn man mit einem Gehäuern kann, dann geht es gut. Man braucht keine Gehäuern. Das ist das Yudi-Chem. Ich werde mit einem Teamworken und mit einem Gehäuern mit einem Gehäuern. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Ich denke, dass ich mich sehr wichtig habe. Ich denke, dass ich mich sehr wichtig habe. Ich habe es nicht so... Ich habe ihn gewollt, was ich am liebsten. Ja, ich habe es gut, Lam. Da muss ich auch nicht zu tun, wenn ich es so schön gemacht habe. Ja, das ist das die wichtigste Sache. Dann können wir uns alle miteinander spazieren. Das ist doch das Wichtigste. Ich bin sehr wichtig, aber ich muss aufhören und aufhören, Ich bin so sicher, dass ich mich nicht mehr so überlegen. Hmm? Hey, welchen die NEP-Gear ist wichtig? Es ist natürlich auch ein bisschen Spaß, oder? Ja, aber das Ding an sich an Juni... Eh, ich glaube... Es ist einfach ein bisschen Spaß, oder? Das ist doch egal, was ich nicht mehr so überlegen. Ich muss nicht mehr als ich nicht mehr aufleufe, damit ich mich nicht mehr aufleufe, dann kann ich mich nicht mehr aufleufe. Juni fällt immer auf diese Leibmilchschiene. Das ist einfach ein Beispiel wie eine Leiblin, aber das ist die Leibler-Gear-Gear. Ich bin mir der Leibler-Gear-Gear, bzw. Dann wird es nicht mehr als Leibler-Gear geben, dass ich die Leibler-Gear-Gearえっ komme. Ich habe mich immer noch liever aufleufe, aber ich habe immer gesehen, wenn ich vier Reibler-Gear-Gear' aus. aber wir haben keine Leibler-Gear-Gear hin, also keine Leibler-Gear-Gear-Gear. Ich habe wirklich eine Leibler-Gear-Gear. Richtig Assball. So was war jetzt noch in Loonbox? Game News, ach das gibt es auch noch. Bis sie wieder am Schlaf zocken. Nein, dein Fuß ist dumm. Oh Gott, neptune. Oh Gott, neptune. You're dead, Koma? Ja, by the way, ich schätze mal, das Spiel wird auch wieder voller Referenzen sein, die ich auch nicht, die auch ich nicht verstehe. Also seid nicht pissig, wenn ich nicht jede einzelne Referenz verstehe, ja? Schreibt es dann einfach in die Kommentare und dann kann ich immer noch wissen, dass ich es nicht kenne oder nie geschaut habe oder was auch immer. Oh Gott. Ich habe drei Dinge, die ich nicht verstehe. Was? Was? Wenn ich mich verstehe, dann... Das ist gut. Ich werde dir, was ich in der Zeit, was ich. Ein Punkt. Ich habe das Spiel nicht mehr als Spiel, sondern es ist ein Spiel, aber ich werde nicht enden. Aber ich werde es nicht enden. Bis zum Ende. Ich werde es nicht enden. Ich werde es nur ein paar Tage lang. Ich werde es auch nicht mehr als Neptuner sein. Was? Wenn das jetzt eine Anspielung auf fucking Kinect ist, dann reiß ich euch den Arsch auf. Was ist das für mich? Ich weiß nicht, dass wir Neptunus nicht schlafen. Pudding River Zone 1. Ich bin froh. Neptunus. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin sehr süß. Woher die WLAN-Kawei-Setting war? Das war nur die Geschichte. Ich bin sicher. Wenn wir so ein WLAN-Kawei-Setting haben, wird das auch gesagt. Ich habe auch einen Kuss aufgrund der WLAN-Kawei-Szenierung gelegt. Ein Fluss aus Pudding. Ich weiß nicht. Nein, das ist alles gut. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Neptune und Bale haben keine Angst. Wir sind in den Spiel. Wir haben viel zu gewinnen. Bale, auf Wiedersehen. Wir spielen morgen. Du bist nun mal ein Nerd. Ein weiblicher Nerd. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber Setup, was ist? Setup, Change Equipment, Commandist, Lily Rank, das gibt es auch. Okay, lass mir mal gucken. Okay, aber für wen ist das dann? Ach, für alle Charaktere. Oh, das ist nice. Da brauche ich 100, ach du Scheiße. Eieiei, 100 von denen. Warte mal, dafür habe ich doch genug. All Characters Powered Up. Ja, das ist nice, dass alle Charaktere diesen Power Boost kriegen. Das ist nice. Oh, yes. Das ist gut zu wissen. Ich dachte, die werden dann abgezogen. Ach, das ist nice. Oh, ich habe wahrscheinlich gar nichts zum Ausrüsten, ne? Ich habe wahrscheinlich gar nichts zum Ausrüsten, ne? Kann ich denn auch... Ach du Scheiße, es gibt auch die verschiedenen Klamotten. Ah, und hier ändert sich dann auch tatsächlich mal was. Ja, Space Kid, genau. Das habe ich doch gerade bekommen. Sehr nice. 100 weniger, aber dafür... Okay. Eternal Gear. Defense auf 1. Okay. Ach so. Okay. Was kann ich denn noch alles hier absetten, wollte ich gerade sagen. Ach so, du hast nur... Die hat HDD? Okay. Ich würde nur gerne sehen, wie das so generell aussieht. Äh, Model Display. Ah! Ach so. So kann ich das zeigen, okay. Das ist praktisch. Ah, dir steht das Normale. Das interessiert mich jetzt gerade, das... Holy Shit! Warte mal, hier. Amore... Oh! Man, nicht blau. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, doch, das gefällt mir. Und Noah in blau? Okay. Das kann ich dicken. Das ist voll cool, dass man hier schon ein paar Outfits zurecht hat. Das ist voll cool, dass man hier schon ein paar Outfits zurecht hat. Wow! Vom, das sind auch Outfits aus den anderen Teilen. Das finde ich cool. Vom, die sehen alle cool aus. Okay, und... Wie siehst du in HDD aus? Du hast einen Klopstock. Und du hast einen dicken Käfer. Okay. 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 Ich kann das nicht verstehen. Ich habe keinen Untertitel. Aber bringt das Check-Effect? Und... Ach, gibt mehr Erfahrung. Okay. Gut. Aber das nächste Mal machen wir dann erstmal eine Quest weiter. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute. Bye.